Künstliche Intelligenz ist in allen Bereichen des täglichen Lebens auf dem Forma schon bald nicht mehr wegzudenken. Ihr sucht online nach einem Produkt und bekommt dieses plötzlich überall auf Social Media vorgeschlagen? Das ist KI. Ihr seid auf Webseiten unterwegs und euch steht ständig ein virtueller Mitarbeiter für alle Fragen zur Verfügung? Das ist KI. Ihr lasst einfach eine Sprachnachricht oder Videos in automatische Untertitel übersetzen? Das ist KI. Smart Home mit automatisierter Regulierung der Temperatur auf Basis eures Nutzungsverhaltens? Das ist KI. Wir zeigen euch heute 5 Berufe, die bald vollständig durch KI abgelöst werden können. Für manche ist gar kein Mensch mehr notwendig, für manche nur noch zur Überwachung. Starten wir mit Nummer 1, der Kassierer. Kassierer werden durch Selbst-Checkout-Kassen abgelöst. Viele Supermärkte haben bereits Kassen, bei denen Kunden sich selbst bedienen. Eine Markterhebung zeigt, dass bereits über 5000 dieser Systeme in 2023 im Einsatz waren. Die Zunahme dieser Kassen wächst rasant. Das Einzige, was hier benötigt wird, sind ein paar wenige Mitarbeiter auf 5 bis 10 Kassen, welche überwachen, dass alles gescannt wird und Freigaben für Alkohol und Tabak erteilt werden. Auch Gewichtskontrollen, Kameras für Überwachung und Ausgangsschleusen mittels Barcode-Scanner oder Kassenzettel kommen KI-gesteuert zum Einsatz. Da ca. 25% der Kosten in einem Supermarkt auf den Kassenbereich entfallen, sind hier enorme Einsparungen an Personal möglich. Ebenso reduzieren sich die Wartezeiten an den Kassen und der Platzbedarf mit ab. Man spart die Kassenbänder und so lassen sich leicht drei Selbst-Checkout-Kassen auf der gleichen Fläche aufstellen. Der nächste Job ist der Taxifahrer. Taxifahrer werden durch selbstfahrende Autos oder autonomes Fahren abgelöst. Menschen werden nach langem Fahren schnell unaufmerksam und brauchen eine Menge Pausen. Das kann zu vielen Unfällen führen. 90% der Unfälle sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Außerdem schreiben deutsche Gesetze maximal zulässige Arbeitszeiten vor. Weitere Vorteile liegen auch auf der Hand. Ältere oder eingeschränkte Menschen können so besser in die Gesellschaft eingebunden werden. Wege zum Arzt, Einkaufen oder zu Bekannten sind möglich. Der Verkehr wird flüssiger laufen und Waren und Produkte können umweltschonder und effizienter transportiert werden. Deswegen wird das autonome Fahren irgendwann die Menschen ablösen. Bis es soweit ist, wird es aber noch etwas dauern. Als erstes werden nach und nach autonome Autos zu den konventionellen Autos auf die Straße stoßen, wie es auch schon heute mit den Elektrosautos der Fall ist. Nummer 3 ist der Kundenservice. Kundenservice wird vollständig von Bots abgelöst werden. Schon jetzt sind Chatbots in vielen Bereichen eingesetzt. Mit steigender Digitalisierung kann der Kundenservice einen wichtigen Faktor für den Unternehmenserfolg beitragen. Der Kundenservice kann optimiert werden und eine höhere Kundenzufriedenheit mit sich bringen. KI kann zum Beispiel mehr Anfragen auf einmal verarbeiten, ist 24-7 erreichbar, also rund um die Uhr. Die KI-Chatbots biesen außerdem mehr Flexibilität, auch hinsichtlich der Mehrsprachigkeit und sind deutlich billiger als der Mensch. Menschen machen häufiger Fehler und sind ineffektiver und weniger verfügbar. Da die KI eine menschenähnliche Unterhaltung darstellt, auf maschinellem Lernen basiert, braucht es auch noch etwas Zeit, bis es vollständig ausgereift ist. Bis dahin können auf jeden Fall die Mitarbeiter reduziert werden und noch einige bei der Optimierung der Systeme eingesetzt werden. Nummer 4 ist der Warenarbeiter im Lager. Versandmitarbeiter werden durch Roboter ersetzt. Große Versandhäuser und Händler nutzen bereits Roboter. Sei es beim Entladen von Containern, Sortieren von Sendungen oder das Handling von Kartons. Bei Otto zum Beispiel in Deutschland ist bereits KI mit KI-gestützten Robotern im Einsatz, welcher Kartons im Wareneingang greift und auf Förderbändern ablegt. Was die Menschen extrem entlastet, da es reine Muskelkraft benötigt zu tun. Bei 300.000 Sendungen, welche hier täglich ein- und ausgehen, bieten solche Roboter eine optimierte Arbeitsumgebung, Entlastung der Mitarbeiter und die Chance auf effizientere logistische Prozesse. Reden wir gar nicht erst von dem Wert dieser Roboter während der Weihnachtshochphase oder Aktionen wie Black Friday angeboten. Diese KI-Roboter brauchen keine Pause und machen weniger Fehler als Menschen. Auf lange Sicht werden immer mehr solche Roboter zum Einsatz kommen und mehr und mehr Mitarbeiter werden eingespart werden. Der nächste Beruf, der eingespart werden kann, ist der Analyst. Professionelle Finanzanalysen werden durch Bots ersetzt. Studien haben ergeben, dass KI-Systeme komplexe Daten mit einer extremen Präzision ausführen können und das mindestens genauso gut oder besser als von professionellen Analysten. ChatGPT4 konnte zum Beispiel künftige Gewinnprognosen von Unternehmen zu 60% richtig vorhersagen, wobei Menschen eine Trafferquote von 53 bis 57% hatten. Daher hat die KI das Potenzial, diese Branche extrem zu revolutionieren. Viele Firmen lösen jetzt schon menschliches Personal durch die KI ab. Zwar ist es unwahrscheinlich in naher Zukunft, die Menschen vollständig abzulösen, aber die KI kann die Ergebnisse der Analysten erheblich verbessern. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.